So, willkommen zurück zu Lead Episode 1 immer noch und hier können wir aktiv abspeichern so, Safing ganz wichtig an die Furzlampe wir haben doch einen Moment noch Ah, was haben wir denn da? Den können wir, die können wir hier brauchen oder auch nicht So, was steht hier? Verdammtchen, was soll doch sonst was soll doch sonst dastehen Alter, was ist denn hier, hier los, Mann, ey überall liegen irgendwelche Körperteile Da wirst du wohl Mönchens hier exit Ah, ey ein Hof ein Schrott liegt hier der war ja klar Oh, fuck, fuck, fuck Ah, ich dachte, man kann ins Wasser allein aber anscheinend nicht Ja, jetzt sind die Kammer hier abgespeichert Unter den Scheiß da machen wir halt nochmal Boah, ey Furchtbar, ey Furchtbar, ey Furchtbar, ey Furchtbar, ey So, noch nochmal Also, wir können NICHT im Wasser Ey Fick dich doch, älter du Scheißgäste Das ist nervig, ey Wenn hier so viel Haufen Scheiße rum nickt Kacke, ey Okay Aha Guck mal noch mehr von den Schrott mal her hier ja wunderbar kann ich hier hoch springen Kiste bräuchstück noch jetzt kommen wir hier nicht hoch na wunderbar so muss jetzt sein ja der Schrott geht mir so langsam auf den Sack na klar kommen wir wieder da haben wir diese Scheißkisten das ist nervig ey wirklich man jetzt frisst doch mal die Scheiße hier hier verwenden ey da irgendwo eine Hebel scheint nicht aber da liegt ich will die Mühe aufsparen können hey und Warte mal, hier schönet. Keine Ahnung, was das war jetzt, ey. Ah, langsam wird's hier. Engartig. Keine Ahnung, ob er da überhaupt hochkam. Oh, noch in der Küste. Ja, hab ich mir gedacht, ey, dass wir da nicht hochkam. Hm, dann geht man woanders lang. Überbehindert, ey. Tausend Wege und man weiß nicht, wo lang, ey. Ach, zu, ey, hier ist alles zu, ey. Ah, toll, hier liegt einer. Na toll, hier liegt einer. Da ist noch raus hier. Genau. Wir gehen mal hier lang. Da ist zu. Schauen wir uns hier mal um. Schauen wir uns hier mal um. Wo ist grad hell hier, ey? Nein. Keine Ahnung was passiert ist. Das werden wir ja gesehen. Wer steht jetzt da aufwählen? Ne. Immer noch zu. Mal sehen wir wieder da lang. Mal sehen, ob ich wieder hochkommen soll. Da komme ich niemals hoch. Oh ne, was ist denn das für ein Scheißdreck ey? Alles zu. Was, was? Hier waren wir. Alter, hier verli most den Überblick ey. Ja, wie komme ich jetzt da hoch, ey? Ey, das ist da bescheuert, Alter. Hätte ich in diesen Schwachsinn ausgedacht? Ey, ich merke es nicht mehr, Alter, dann lege ich bald drauf, ey. Oh, fuck. Kacke, Alter. Ja, ich bin kein tot, Alter. Das ist das Problem. Boah, ist das Bucky, Alter. Und das darf nicht wahr sein, ey. Was ist denn das, wenn der Scheiße? Da komme ich doch gar nicht hin. Mann, was ist denn das? Oh, mein Gott. Ja, das ist das, wenn ich ja mal erst rein, scheiße, Alter. Ich komme doch nicht hoch, ey. Ach, Mann, wie ich das hasse, ey, was da an Zeitflöten geht. Oh, mein Gott. Ja, was jetzt? Kriegen wir jetzt die Kistenbohnen, oder was? Oh, nee, ey. Mann, wie ich diesen Scheiß Brick hasse, ey. Dadurch zerstört man das ganze verfickte Spüle, ey. Dann spüle ich mal eben schnell Bob, den Baumeister, hier. Oh, Mann. Ich komme da nicht hoch, ey. Ey, was ist denn das, ey? Ey, geht nicht hoch, ey. Ey, ich werde ja gar nicht so ein Satan, ey. Er geht nicht hoch, ey. Ich will jetzt keinen dummen Spruch hören, ey. Ha, ha, ha. Ey. Echt, ey. Da reiß ich mir den Arsch auf der Hauch zu kommen. Der hat mir noch hier fertig so hohen sollen, ey. Oh mein. Gott. Ich springe und versuche da rauszukommen und man hätte nur... Hm. Wo ist da wohl eben der Arsch, ey, da? Komm, ein bisschen schneller, bitte. Ja, ist ja witzig, Alter. Gut, machen wir hier erstmal Stopp und sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Pfad wieder. Also auch weiter rein, bis dann.